Flugreisende brauchen in dieser Woche unbedingt starke Nerven. Erst die Kabelpanne auf einer Bahnbaustelle mit weltweiten Folgen für den Luftverkehr. Morgen geht das Flugchaos schon weiter in die nächste Runde. Am Freitag will Verdi die Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen mit Warnstreiks gleichzeitig lahmlegen. Ab Berlin ist nicht dabei, aber trotzdem werden die Folgen zu spüren sein. Aber die Folgen natürlich auch für hunderttausende Passagiere und weitere Teile des innerdeutschen und internationalen Luftverkehrs sind daher auch betroffen. Alleine die Lufthansa streicht in Frankfurt am Main und in München 1200 Flüge. Die Streiksie finden zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz statt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Von Anfang 2019